Die Anspannung ist Rola El Halabi deutlich im Gesicht abzulesen. Begleitet von anwesenden Kamerateams begibt sie sich zu Urteilsverkündungen in Saal 700 des Berliner Landgerichts. In diesen Minuten vor dem Urteil gehen ihr wohl mit Sicherheit noch einmal die schrecklichen Erlebnisse vom 1. April durch den Kopf. Wir müssen festhalten, Rola El Halabi hat nicht nur seine Tochter erledigt oder zu erledigen versucht, er hat das Team kaputt gemacht und er hat seine eigene Familie kaputt gemacht. Destruktiver kann man in seiner Selbstherrlichkeit nicht sein. Für diese Selbstherrlichkeit musste der Stiefvater von Roland nun sechs Jahre ins Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung. Einen Mordversuch hat das Gericht in seiner Bewertung nicht gesehen. Das steht ein bisschen im Gegensatz zu dem, was er selbst erklärt hat. Er selbst hat erklärt, er hat einfach mal drauf losgehalten, in ihre Richtung geschossen. Das würde sich nicht mit der rechtlichen Bewertung decken, aber da hat das Gericht offensichtlich auch zugunsten des Eingeklagten nur den Körperverletzungsvorsatz angenommen. Das Gericht geht also von gezielten Schüssen in Hände und Beine von Rola aus. Eine Erklärung für diese Gewalteskalation liefert Rola El Halabi nicht. Nach eigenen Worten war er nicht mehr selbst, wusste auch nicht mehr, was er tat. Das Gericht hat gesagt, der Vater habe Reue gezeigt. Wir sind der Auffassung, er hat sie nicht gezeigt. Er hat sich selbstweinerlich zurückgezogen und keine offene Reue gezeigt. Der Verteidiger sieht das Strafmaß mit gemischten Gefühlen. Für Berliner Verhältnisse ein hartes Urteil, für süddeutsche Verhältnisse weniger hart, so seine Worte. Zu einem Gespräch zwischen Rola El Halabi ist es vor und nach dem Urteil hinter dieser verschlossenen Tür nicht gekommen. Frau Rola El Halabi ist auch nicht in der Lage, jetzt das Gespräch mit ihm zu suchen. Ich von meiner Seite meine auch, es steht ihm an, das Gespräch mit seiner Tochter zu suchen. Zunächst aber wird Rola wohl versuchen, die Erlebnisse weiterhin zu verarbeiten und gesund zu werden für ein mögliches Comeback. Ein Gespräch mit dem ehemaligen Stiefvater Roy El Halabi steht bei ihr, wenn überhaupt, wohl erst an zweiter Stelle. Vielen Dank.